Die Theorie von Flüssignahrung scheint zu gut und wahr zu sein. Statt irgendwie viel Zeit mit Kochen und Essen zu verbringen, trinkst du einfach einen Shake und hast damit all deine Nährstoffe, Ballaststoffe, Vitamine, die du brauchst. Und nicht nur das, es geht natürlich deutlich schneller, aber es geht eben auch günstiger als normales Essen. Ich fand das sehr interessant und hab's deswegen für euch mal ausprobiert. Ganz am Anfang möchte ich sagen, ich werde jetzt nicht versuchen, mit Flüssignahrung meine gesamte Ernährung zu ersetzen. Das geht zwar wohl, klingt für mich aber erstens nicht nach Spaß und zweitens muss ich auch sagen, ich habe sehr viel Spaß, ich finde es schön zu essen. Ich mag es zu kochen und mit anderen Leuten zusammen zu essen oder auch einfach mal diese Pause zu nutzen, um halt eben für sich irgendwie was Schönes zu essen, ist doch sehr gut. Wofür ich gerne Flüssignahrung nutzen möchte, ist wenn gerade irgendwie Not am Mann ist und ich sage mal, es ist irgendwie gerade Stress, ich bin auf Reisen unterwegs oder sonst was. Das sind dann die Zeiten, wo man entweder gar nichts isst oder sich irgendein Fastfood, Bullshit, sonst was reinschiebt und genau das möchte ich eben verhindern. Für mich ist dementsprechend am wichtigsten, erstens, wie satt werde ich wirklich mit so einem Shake und zweitens natürlich auch, wie gut schmeckt das am Ende wirklich, denn wenn man es am Ende nicht essen will, dann hat das Ganze auch keinen Sinn. Von den vielen verschiedenen Flüssignahrungsmitteln, die es gibt, habe ich jetzt Y-Food genommen. Ich fand es sehr praktisch daran, dass ich das einfach bei mir um die Ecke im Supermarkt schon fertig kaufen konnte und so war es einfach mal eine einfache Möglichkeit, in das Thema reinzuschnuppern. Und vielleicht für euch ist es auch super, dass man einfach mal eine Sache probieren kann, nicht irgendwie groß was bestellen, verschicken oder sonst was muss. Aber wenn man sowas langfristig macht, dann gibt es viele dieser Flüssignahrungsmittel auch als Pulver zu kaufen und dann spart man natürlich nochmal deutliches an Geld, aber zum Beispiel auch Plastik etc. Dementsprechend würde ich langfristig das Pulver empfehlen. Außerdem fand ich bei Y-Food sehr cool, dass es sechs verschiedene Geschmäcker gibt. Mit Vanille, Schoko, Kaffee, Beeren, Banane und Kokosnuss sollte eigentlich für jeden irgendwas dabei sein. Ich habe mich auf Vanille und Schoko konzentriert, weil das so standardmäßig Geschmäcker sind, die ich sehr gerne mag. Nachdem ich jetzt die beiden Geschmacksrichterungen, die mir generell zusprechen, beide mal probiert habe, muss ich sagen, das Ganze schmeckt wirklich gut, sowohl Schokolade als auch Vanille finde ich wirklich gut. Ich habe vor langen Jahren mal Huel ausprobiert und habe das damals irgendwie als Pulver mit Wasser getrunken. Das ist natürlich auch eine schwierige Kombination und damals schmeckte das wirklich so ein bisschen wie Erde mit Wasser gemischt. Da bin ich hiervon wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Ich sage auch nicht, dass das bei Y-Food generell so ist, sondern vielleicht war das damals auch eine schlechte Kombination. Das Ganze aber, wie gesagt, kann man sehr, sehr gut trinken. Ist angenehm, ist halt wie gesagt wie so ein leckerer Shake. Von daher, geschmacklich solltet ihr euch da eigentlich keine Sorgen machen. Vielleicht einmal das Probierpaket nehmen, wenn man wirklich alle Flavors einmal durchprobieren will. Ich habe einfach die, die für mich traditionell am besten sind, einfach mal ausprobiert. Aber jetzt zu dem wichtigeren Punkt. Wie satt macht das Ganze denn nämlich wirklich? Wie beim normalen Essen kommt es natürlich ein bisschen darauf an. Ich hatte jetzt die Standardflaschen von 500 Milliliter, in denen auch eben 500 Kalorien sind. Ich muss sagen, ich bin nicht so richtig satt davon geworden. Aber das ist auch jetzt nicht ganz unlogisch, denn ich bin relativ groß und auch nicht ganz leicht. Das heißt, eine normale Mahlzeit bei mir hat eben auch mehr als 500 Kalorien. Wenn man jetzt zum Beispiel das Pulver nimmt oder sonst was, dann sollte man natürlich vor einfach mal ein bisschen überlegen, hey, wie viele Kalorien will ich eigentlich bei einer Mahlzeit oder sonst wie zu mir nehmen und dann das Ganze dementsprechend anpassen. Für mich würde das also heißen, selber Pulver mischen oder eineinhalb bis zwei Flaschen trinken. Und dann ist es auch wirklich so, dass ich satt davon bin. Am Anfang war ich ein bisschen so, dass ich mich nur von diesem Trinken irgendwie nicht so richtig gesättigt gefühlt habe, weil man ja sonst sozusagen auch irgendwie das Thema, man kaut was, man isst was, was irgendwie ja einem zu diesem Sättegefühl mithilft, muss dann aber sagen, nachdem ich das irgendwie zwei, dreimal gemacht habe, habe ich mich sehr daran gewöhnt und habe mich dann auch wirklich gesättigt gefühlt. Als Fazit kann ich euch nur sagen, probiert euch hier einfach mal aus oder rechnet euch vorher aus, wie viele Kalorien ihr wirklich braucht. Für mich hat es ein paar Mal gedauert, bis ich mich auch daran gewöhnt habe und ein bisschen herausgefunden habe, wie viele von den Dingern ich jetzt wirklich trinken muss. Am Ende bin ich aber sehr gut satt geworden davon. Anfangs bin ich schon mal kurz darauf eingegangen, warum ich flüssig Mahlzeiten esse beziehungsweise zu welchen Anlässen. Für mich geht es wirklich nicht darum, mein gesamtes Essen zu ersetzen. Dafür habe ich nämlich einfach zu viel Spaß an Essen. Mir macht es Spaß, einfach mal zu kochen. Mir macht es Spaß, mit Freunden zusammen zu essen. Ich finde es eine sehr gesellschaftliche Sache. Dementsprechend würde ich nie auf die Idee kommen, hier mein gesamtes Essen zu ersetzen. Ich denke halt einfach wirklich, es ist das Richtige für gewisse Momente, in denen es entweder gerade keinen Sinn ergibt, man hat keine Zeit richtig zu kochen, es muss schnell gehen oder man hat einfach eine Flasche als Notfallvorrat beim Reisen, beim Autofahren dabei, falls irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Da muss ich dann wirklich sagen, dass ich das sehr praktisch finde. Weil wie gesagt, man kann es überall dabei haben, man kann es trinken, wenn man gerade hungrig ist und ja, selbst wenn es darum geht, man geht irgendwie an den Badesee oder sonst was, jetzt hat man keinen Hunger, möchte aber auch kein riesiges Picknick zubereiten oder mitnehmen, dann schmeißt man sich einfach eine Flasche von Flüssignahrung mit und kann die dann vor Ort trinken und ist wirklich happy und kommt gut durch den Tag. Dafür finde ich das wirklich super praktisch, weil es einem irgendwie eine gewisse Freiheit gibt, dass man einfach, ja, wie gesagt, essen kann, nicht hungern muss, aber eben auch weiß, dass man sich solide ernährt. Und das ist ja auch wichtig, weil es sollte ja nicht immer Fast Food sein. So, eigentlich wollte ich noch erzählen, dass zum Beispiel sowas wie MyFood super praktisch, wenn man irgendwie mal auf einer langen Autofahrt ist und es ist irgendwie vielleicht besser als McDonalds Burger King oder sonst was, aber ja, jetzt bin ich mit dem Auto liegen geblieben und bin halt trotzdem super froh, dass ich immer irgendwie eine kleine Mahlzeit habe, weil ich jetzt hier in der Werkstatt stehe, es ist kein Essen weit und breit und so hat man dann einfach mal was Kleines zu essen dabei, was auch irgendwie schnell geht. Also für solche Situationen, für den kleinen Hunger ist es ein super Satz. Was ich bei YFood konkret noch sehr gut finde, ist, dass es eine normale Version mit Milch gibt, aber auch noch eine zweite komplett vegane Version. Da ich gerade eine 1-Monat-Vegan-Challenge gemacht habe, fand ich das sehr praktisch, weil ich dann hier einfach, ja, ganz normal umsteigen konnte, beziehungsweise YFood weiter benutzen konnte. Was ich mir noch wünschen würde, ist, dass es das Ganze auch in Pulverform gibt, um das eben nachhaltig weiter zu nutzen, da ich nicht immer diese Plastikflaschen benutzen muss. Was ich aber sehr gut finde, ist auch, dass YFood diese Plastikflaschen mit Pfand macht, das heißt, die werden nicht einfach weggeschmissen, sondern wirklich wiederverwendet. Als Fazit würde ich sagen, Flüssignahrung ist eine wirklich coole Option für den Alltag. Am Anfang dachte ich, das ist nur ein bisschen für sehr gestresste Leute, Workaholics oder halt irgendwie für den Notfall. Jetzt muss ich aber wirklich sagen, ich schätze es, dass man irgendwie immer einfach mal Essen dabei haben kann, sei es gerade für den kleinen Hunger, sei es irgendwie bei einem stressigen Fotoshoot, wo ich dann kurz nebenbei zwei Schlücke habe und dann nach keinen Hunger mehr habe. So finde ich das eine wirklich gute Sache und werde einfach immer ein paar zu Hause haben. Nicht, um mich davon täglich zu ernähren, aber um es eben da zu haben für den Fall der Felle. Was die konkrete Flüssignahrung bzw. das Produkt angeht, muss ich sagen, ich war mit YFoods sehr zufrieden. Es gibt aber auch noch viele, viele verschiedene Marken. Ich haue euch da einfach mal ein paar Links in die Beschreibung, dann könnt ihr euch die einfach mal angucken und vielleicht sehen, was für euch das Richtige ist. Bevor das Video jetzt zu Ende ist, würde es mich nochmal interessieren, wie ihr zu dem Thema steht. Findet ihr das wirklich komisch, sowas zu essen oder halt eben zu trinken? Oder habt ihr das eben auch schon mal ausprobiert? Wie steht ihr dazu? Wie gesagt, für mich war es am Anfang sehr komisch und dann doch irgendwie eine sehr gute normale Sache. Dementsprechend würde mich das interessieren. Schreibt mir einfach eure Gedanken mal unten in die Kommentare. Damit schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.